Oh Gott, der Arme ist hängen geblieben. Nein, noch. Wie lange bist denn du schon hier? Rettet den los, mache hin. Mensch, warte. Kriegst du den nicht hochgeschoben? Nee, mach ich nicht, oder? Den hochgeschoben kriegen. Komm her. Och Mensch. Oh, so ein schöner. Und geht's wieder? Yeah, fein. Deine, geht's dir gut? Ja. Schön.